Die letzten drei Tage vom Seminar, die Begeisterung der Teilnehmer, wo ich merke, die kommen rein, wussten nicht wirklich, was sie erwartet, werden ins kalte Wasser geschmissen, gehen in eine Welt, mit der sie nicht täglich zu tun haben und müssen sich beißen sich durch, sitzen am Abend beim Abendessen drüber, diskutieren, was habt ihr gemacht, das habt ihr gemacht. Da war ein Fehler, morgen, da wollen wir dann das anders machen, also wo man merkt eigentlich, das Training ist rum und im Kopf arbeitet, ich verarbeite die Dinge, die ich gelernt habe. Und am Ende vom Tag sagt einer der Teilnehmer, also jetzt haben wir drei Tage, sag ich mal, das Training gemacht und jetzt können wir eigentlich weitermachen. Und wenn ich das als Trainer höre, dann weiß ich einfach, das ist so spannend und ich sag mal, teilweise diese trockenen Themen haben wir auf so spannende Art reingebracht, dass ich weiß, okay, wenn ich da ein Problem habe oder so was kommt, sag ich mal auch vom Top-Management, die ihre Kennzahlen haben und sagen, unser Jahr ist jetzt gut gelaufen, ist schlecht gelaufen und ich mache das fest an bestimmten Zahlen, dass ich ein Verständnis dafür habe, okay, warum nutzen die das, was heißt das jetzt für mich und warum treffen die ihre Entscheidungen auch auf dieser anderen Ebene. Und das ist, dann fahre ich heim und sage, okay, also da haben wir wirklich was erreicht. Also jetzt in dem Fall waren es Führungskräfte, die hauptsächlich aus der Produktion kamen, also aus internen Prozessen. Verschiedene Abteilungen im Unternehmen aus, je nachdem, verschiedenen Standorten. Das heißt, einerseits Teilnehmer, die sich manchmal kennen, aber häufig auch gar nicht. Und aber auf jeden Fall, also in dem Fall Führungsverantwortung, Schichtleiter, teilweise 100 Mitarbeiter unter sich, manchmal weniger. Also das kann variieren, aber auf jeden Fall mittlere Führungsebene. Und haben Personalentscheidung, können über das Personal entscheiden, können und sind aber wirklich verantwortlich, dass die Produktion läuft. Und das in ihrem Bereich, dass der, sage ich mal, dass es da keine Probleme gibt und sie ihre Ziele erreichen. Was haben sie wirklich gelernt? Fokus war dieses unternehmerische Denken. Also was macht es aus, wenn ich ein Unternehmen habe? Wie gehe ich da vor? Wie kann ich strategisch jetzt als Unternehmen einfach mal sagen, wer will ich sein? Und das kann ich ausprobieren. In der Realität würde ich, kann ich das nicht so einfach? Da sehe ich vor allem nicht dieses, auch die langfristigen Auswirkungen von meinem Handeln. Hier sehe ich kurzfristig, was kann ich an der Situation ändern? Sehe die langfristigen Auswirkungen vielleicht auch mal von Fehlern oder von Risiken, die ich eingehe. Weil auch in der Realität, wenn ich ein Unternehmen entwickle, bekomme ich Daten, habe eine gewisse Sicherheit. Aber letztendlich kommt es ja darauf an, Entscheidungen zu treffen, seine Mitarbeiter zu überzeugen von dem, was ich tue. Und dann gemeinsam unsere Ziele zu erreichen. Und das lernen sie wirklich in so einem sicheren Umfeld. Aber dadurch habe ich halt auch die Möglichkeit, die Teilnehmer herauszufordern und wirklich auch zu sagen, okay, diesen Prozess zu begleiten. Jeder bringt seine Stärke ein im Team. Jeder, ich sehe die Entwicklung, ich sehe den Teamprozess, die Dynamik. Ich verkürze die Zeit oder ich habe einen Kunden, ich habe die Störungen. Und dann sitzen die da und sagen, wie jetzt? Was mache ich jetzt? Zehn Minuten Abgabe. Uns fehlt noch das, das, das. Wie gehen wir mit dem Thema um? Das heißt, ich kann ganz bewusst Stress erzeugen. Wenn ich aber merke, die kommen nicht zurecht, dann kann ich den Stress rausnehmen, gehe ich ein bisschen zurück. Und dadurch, dass wir das immer wieder reflektieren an gezielten Punkten, auch bewusst rausgehen, können wir genau den Bezug zum Unternehmen herstellen. Also einerseits als Teilnehmer weiß ich erstens, was weiß ich schon? Also was habe ich gelernt? Kann ich es anwenden? Weil häufig ist ja das, ich schaue mir bestimmte Kennzahlen an, zum Beispiel immer mal die BWL-Kostenrechnung. Dann weiß ich aber immer noch nicht, habe ich es wirklich verstanden und kann ich den Transfer herstellen. Das heißt, einerseits bin ich gut vorbereitet, habe ich das Wissen für diese Position, die ich brauche. Dann auf der anderen Seite natürlich auch, gerade wenn es darum geht, der nächste Karriereschritt zum Beispiel, wo habe ich Lücken? Welches Wissen fehlt mir? Zweitens, ich bin in meiner Welt. Das heißt, in der Produktion habe ich ja täglich, schaue ich mir keine Bilanzen an, jetzt mal auf die BWL bezogen. Das heißt aber, ich bekomme Verständnis davon, warum entscheiden Menschen meine Kollegen auf eine bestimmte Weise, warum argumentieren die so? Das heißt, dieses Verständnis, wie wirkt es zusammen und was mache ich da? Drittens, diese Persönlichkeitsentwicklung. Einfach durch diesen Gruppenprozess, dadurch, dass ich das tue und auch mal in die andere Rolle schlüpfe, verstehe ich einfach viel stärker, was sind die Auswirkungen meines Handelns. Und wenn ich im Unternehmen jetzt wirklich auch sage, uns sind bestimmte Kennzahlen wichtig, wir haben eine Änderung in der Unternehmensstruktur, wir wollen zum Beispiel einen neuen Geschäftsbereich aufmachen. Da werden wir jetzt expandieren. Dann kann ich im Training auch die Mitarbeiter mitnehmen, ein bisschen darauf vorbereiten, sodass sie wissen, okay, das wird wichtig für mich. Und letztendlich im optimalen Fall, ich habe Lust drauf. Also das ist eine Sache, die ich immer wieder höre. BWL, das ist so trocken. Bilanz, Finanzen, also wenn nicht, wollen viele Teilnehmer manchmal gar nicht. Aber ich sage dann, also ich erwecke Spannung und durch dieses Nachfragen fange ich halt wirklich an, drüber nachzudenken und das bleibt einfach viel stärker im Kopf. Mhm. Grundsätzlich, ich kann extrem viele Punkte in die drei Tage packen. Das heißt, wo ich normalerweise, ich habe sehr viele Trainings und viele der Lerninhalte von den anderen Trainings werden hier einfach nochmal zusammengefasst und wirken sich dann auch in der Kombination aus. Das heißt, also Präsentationstechnik zum Beispiel, wenn ich so ein Führungskräfteprogramm habe, ich habe ein Präsentationstraining. Ich benze es direkt wieder an, im nächsten Training hier. Ich habe fachliche Trainings, die ich zum Beispiel auch digital mache, wo ich kleine Lernvideos habe und so weiter. Das Wissen, das kann ich alles mit einbringen. Und also das heißt, kann ich Informationen verarbeiten und kann ich daraus, kann ich die in Aktionen lenken? Also kann ich wirklich damit arbeiten mit meinem Ding? Also Punkt eins, viele Themen ins Training bringen. Punkt zwei, das Wissen umsetzen in Handlungen. Dann drei, genau diese Strukturierung von Komplexität und runterbrechen, damit ich sicherere meine Entscheidungen. Und das im Zusammenhang auch mit Kombination von Theorie. Weil wir haben Theorie-Modelle, die uns wirklich helfen, Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir die genau mit diesen anderen Methoden verbinden, dann sind es nicht die einzelnen Bausteine, sondern es wird zusammengeführt. Einerseits neue Mitarbeiter im Unternehmen. Einfach, weil ich wachse zusammen und durch dieses Arbeiten lerne ich auch das Unternehmen eher kennen. Also das heißt Mitarbeiter, die neu reinkommen. Dann die mittlere Führungsebene, damit ich wirklich genau in dieser, weil ich an der Schnittstelle bin. Und es da besonders wichtig ist, dort entscheidet sich letztendlich, ob ein Unternehmen funktioniert. Das merken wir immer wieder. Top-Management will was ändern. Das mittlere Management muss es umsetzen und verständlich machen, damit es funktioniert. Und das sind kritisch in dem Bereich. Das dritte ist, ich sag mal, Nachwuchsführungskräfte bis runter zu Trainees. Weil ich da einfach ja vorbereitet werde auf eine neue Rolle im Unternehmen. Und gerade wenn ich das weiß, kann ich damit auch sehen, wo sind meine Lücken, kann ganz gezielt nachsteuern. Das sind für mich die drei Hauptgruppen. Das ist im Prinzip in jeder Branche, weil es gibt verschiedene Fälle. Was wichtig ist, jedes Unternehmen hat, ich sag mal, gewisse Knackpunkte, die wichtig sind. Und wenn ich sage, meine Priorität liegt auf, oder mein Fokus im Moment liegt auf bestimmten Themen, kann man das flexibel abbilden. Grundsätzlich gibt es aber die Möglichkeit zu sagen, ich wähle einen Business Case aus, der sehr nah ist an meinem Unternehmen. Was den Vorteil hat, die Teilnehmer finden sich schneller wieder, kennen ihre Kenzer, also finden sich in der Welt, wissen schon, okay, das sind so ein bisschen die Erfolgswege. Und das ist dann eher so eine Optimierung vielleicht sogar. Auf der anderen Seite kann ich aber auch als Unternehmen sagen, bewusst, nee, wir nehmen nicht unsere Daten, weil ich nicht will, dass meine Mitarbeiter schon den eingefahrenen Weg einschlagen. Weil grundsätzlich geht es ja darum, ich habe ein Problem und muss eine Lösung finden. Und wir sind halt sehr, sehr stark in unserem Denken, in unserer Welt. Und das habe ich beim letzten Training gemerkt. In dem Unternehmen, da war Liefertreue kein ganz, ganz großes Thema, weil wir, sagen wir mal, nicht so tief reingehen, sondern eher auf einer strategischen Ebene sind und nicht zwischen Kunden entscheiden und auch die einzelnen Verträge nicht aushandeln. Aber in dem Unternehmen spielte Liefertreue ein sehr, sehr großes Thema. Und ein Team, für die war in allen Entscheidungen wichtig, dass sie immer genug produziert haben, damit sie liefern können. Ich habe das nicht adressiert, aber ich bringe einfach meine Realität manchmal mit rein und treffe Entscheidungen und sage, okay, das ist für mich wichtig und deswegen entscheide ich auf eine gewisse Weise. Und das sehen wir immer wieder, wenn ich Produktionsunternehmen habe, dann stimmt die Produktion. Aber manchmal wird nichts in Werbung investiert. Wenn ich jetzt mische, Marketing, die Forschung, so die Innovation, dann das beeinflusst Verhalten. Und nicht jeder bringt das mit, was er hat.